Was ist das für Sport? Also Sport muss schon ein wenig Power dahinter sein. Ich kann es nicht gerne, wenn etwas langsam ist. Allgemein? Allgemein. Ja, ich glaube schon, dass viele Fussballer so einen Sportwagen gerne fahren würden. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt der Autofreaker. Mir ist es nicht wichtig, dass das Auto schnell ist. Es muss nicht laut sein. Ich brauche viel Platz, weil ich immer viel transportiere. Ein Sportwagen ist meistens ein schönes Auto. Für viele Leute. Aber in der Schweiz kann man hier nicht wirklich etwas gehen. Da kann man schnell auf Deutschland übergehen. Ja, wenn es Zeit ist. Die drei Buchstaben auf der Ecke hier hinten sind die Anfangsbuchstaben von meinen Eltern und meinem Bruder. Tätowierungen? Nein, keine. Also meine Tätowierungen haben alles mit der Familie zu tun. Bis jetzt und wird auch in der Zukunft so sein, wenn ich noch ein Ball machen darf. Von meiner Mutter her. Das ist geil. Tattoo-Fan, wenn ich eigentlich bin. Also wie bringst du uns fertig, dass sie dann Ja sagt? Ich nehme den Bruder ein bisschen im Spiel und den Papi. Ja, die helfen dir. Ja. 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 Ja.